Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über noch einen Text aus Matthäus 7 sprechen. Schaut mal wie interessant, es ist ein breiter Weg, viele Menschen gehen diesen Weg, aber es gibt einen engen Weg. Und da gehen nicht so viele. Und diese gehen in den Himmel und die anderen gehen in das Verderben. Ich weiß nicht, ich denke jetzt an gläubige Leute hier. Ja, und es geht hier nicht um Sünden oder große, große Vergehen im Leben, die sollen wir nicht tun, das ist ganz klar. Ja, aber es geht um Sachen, die scheinbar erlaubt sind. Und auch hier muss man schauen, dass man das, was unnützlich wegschafft aufs Leben und dass unser Leben wird wirklich auch ein enger Weg mit Gott. Klar, wir müssen ihn in erster Linie finden. Wir müssen Jesus in unser Leben einladen. Wir müssen sein, wir wissen, dass er uns die Sünden vergeben hat. Ja, aber wir bitten ihn und er vergibt uns. Und wenn wir schon auf dem engen Weg sind, dann sollen wir schauen, dass wir alles Unnötige aus dem Leben entfernen. Schaut mal wie es steht in 1. Korinther 6,12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Schaut mal wie wichtig, es ist mir erlaubt. Alles, sagt er, vieles ist erlaubt im Leben zu tun, aber du musst schauen, dass nichts dich beherrschen soll. Nichts soll also dich befehlen, ich muss es tun. Ich will es gar nicht, aber ich muss es irgendwie tun und tue dann. Nein, ich muss es dann aus dem Leben weg tun. Zum Beispiel mit Internet. Ja, es ist schon eine wichtige Sache heute. Internet, wir können da viele Informationen finden. Wir können da auch sehr nützliche Sachen für uns finden. und auch benutzen Internet, um den anderen die frohe Botschaft zu sagen. Aber wenn ich sehe, dass die Leute sitzen im Internet, also stundenlang, wirklich einen halben Tag, kann jemand darin verbringen und irgendwas schauen und wieder was Neues und so weiter. Aber sie haben keine Zeit, das Wort Gottes zu lesen. Die haben keine Zeit zu beten, die haben keine Zeit, jemandem zu helfen. Nur in diesem Internet, da muss es ganz klar entschieden werden. Und das also weggetan aus dem Leben. Nur so viel, wie viel wir brauchen, um uns wirklich das Internet zu nutzen, jemandem die frohe Botschaft zu sagen oder auch das Notwendige zu holen. Ja, viele Sachen sind hier, die so wichtig sind. Schaut mal weiter, sagt der Apostel Paulus, 1. Korinther 10, 23. Es ist mir alles erlaubt, aber es kommt nicht alles. Es ist alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Ich schaue mir so zu und sehe eigentlich, ich mache etwas, aber es erbaut mich nicht. Es hilft mir nicht weiter in meinem geistlichen Leben. Oder ich sehe, wenn jemand hat viel Arbeit, wir müssen auf die Arbeit gehen. Auf jeden Fall, für mich war es immer wichtig, auf die Arbeit gehen, Geld verdienen, um meine Familie zu ernähren, um auch den anderen zu helfen. Aber wenn du siehst, er arbeitet hier, diese Arbeit nimmt sich noch eine und noch eine. Und manchmal ist es gar nicht, weil es gar kein Geld mehr da gibt. Aber man will noch mehr und mehr und mehr haben. Ja, dann sagt man nein. Oder ich weiß, ihr habt gehört von diesem Sportler, der war eine ganz große Berühmtheit in Amerika. Ich glaube, ein Sprinter, der also die kurzen Distanzen so schnell gesprungen ist. Und da war ein ganz wichtiges Wettbewerb am Sonntag. Und er sagt, ich gehe nicht. Es war also etwas ganz Wichtiges auf der Landesebene. Und da wurde ihm also von hoher Instanz gesagt, komm. Er sagt, nein, Sonntag ist für Gottesdienst. Man ist nicht gegangen. Später hat er trotzdem den Titel gewonnen. Aber es ist ganz wichtig zu sagen können, also ich kann kommen, aber ich gehe nicht. Ich gehe einen engen Weg mit Gott. Und da muss ich am Sonntag jetzt auch in der Versammlung sein. Oder auch dort, wo Leute den Herrn verherrlichen an diesem Tag, den Gott auch geschaffen hat, dass wir an dem Tag ihn verherrlichen. Es sind viele Sachen, wo wir uns irgendwelche Arbeit auftun. Es ist keine schlechte Arbeit. Aber dann haben wir keine Zeit, das Wort Gottes zu lesen. Schau mal, Apostel Paulus sagt, dass wir sollen begierig sein nach dem Wort Gottes. Also wir sollen immer wieder wollen lesen. Lesen das Wort Gottes. Nicht nur, weil wir es müssen, aber wir sollen begierig sein. Und dazu ist es auch interessant, wenn ich jetzt mein Leben schon viel gelesen habe. Ja, und oft die Bibel auch durchgelesen habe. Aber das Interessante ist, jedes Mal ist es mir aufs Neue interessant. Jedes Mal finde ich etwas Neues. Wir haben diese Sache immer so zehnmal gelesen und auf einmal findet sich etwas ganz Besonderes. Weil das Wort Gottes ist lebendig. Wir müssen auch aufpassen mit dem vielen Lesen, was manches gelesen wird heute auch. Anfangen an den Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. Die Bibel soll wirklich das Wichtigste sein, wo wir lesen. Auch wichtiger als alle anderen Bücher, auch theologische Bücher. Es muss immer wieder die Bibel sein, am meist gelesenes Buch in deinem Leben. Und ich denke immer wieder auf das Neue Testament. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich mindestens dreimal das Neue Testament lese und einmal das Alte. Mir ist es wichtig, dass ich wirklich, weil ich lebe im Neuen Testament. Jesus formt mein Leben. Es ist ganz wichtig, dass wir so Zeit nehmen, immer wieder die Gesinnung Jesu mir nahe zu bringen. Das ist ein enger Weg, der wird dich formen. Du wirst nicht Sachen machen, die von dem Breiten weg. Du wirst mit Jesu gehen, den engen Weg. Gott segne dich und mich. Amen.